hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück zu rake und ihr habt schon gehört mit dabei ist auch gabaraks müsste müsste der sein weil onkel ist der nämlich mit der knarre ich bin der ohne waffe genau und onkel ist dabei geh mal schick ep hallöchen grüße dich du bist der fürst mit der knarre und wir haben nur kameras dabei ich bin der fürst mit dem fernglas genau wir wollen jetzt wir haben jetzt den letzten part versprochen darüber zu den licht zu gehen zu dem hell leuchtenden licht und wir werden sehen was da ist ich weiß was da ist weil nämlich unser auto da ist aber jetzt aber kein kreis gegangen jetzt aber kein witz weil die kamera die wir dann die direkt vor unserem lager haben die haben wir auf jeden fall am anfang an gemacht ja deswegen ist jetzt die frage warum ist es jetzt rot nein die war doch gerade rot hier hinten ist rot ach ja aber da waren wir auch schon also wir sind doch hier raus und es gibt okay es gibt zwei wege das ist schon mal okay aber die kamera dahinten die meine ich hier haben wir grün gemacht das weiß ich ja und dann würde ich sagen ich sammle die ein und dann haben wir die meinen die schlagen die viecher die kaputt oh ja warte oh der onkel hat eine verpasst gekriegt und die knarre ist weg es kommt auf mich zu nein hilfe du musst ihm helfen er hat mich geiles mistviech wo ist denn der onkel der hat noch volle lebens energie das scheißviech ich kann doch nichts machen warum haben wir nur eine knarre ok das hat es ganz schön auf uns abgesichert ok wir müssen ganz schnell zu dem lichter wir müssen die kamera holen wir müssen das der will wir müssen uns davon abhalten ich merke das schon ah ok ich bin jetzt hier im kameramodus sehe ich gerade kann zwischen den kameras wechseln kamera 1 kamera 0 kamera 2 kamera 3 5 kamera steht da ich verstehe das nicht ich hole mir jetzt erstmal ein paar kameras gibt keine mehr der rennt da nicht ins dunkel rein oh es ist bei kamera 4 das hat gerade kamera 4 kaputt gemacht kann das nämlich bewegen was machst du denn können wir doch gucken oder was bei watch ja warte doch auf onkel das wird alles zusammen starten geh mal weg gabax ich will in die ecke ich brauche hier die tür am besten zu und ihr müsst die taschenlampe zu aus machen weil dann ist der bildschirm so hell gabax geh mal weg ok ich drück an habt ihr alle taschenlampe aus ja warum ist das denn so hell na egal ok eh jo da ist was ach wir sind alle selber im bild ich dachte wir wären ok kamera 0 ich bin bei kamera 1 jetzt gerade krass wie das flackert ne ja kamera 2 ist ich bin gerade kamera 3 bei kamera 2 bei 2 ist es oh ja alter der macht unseren ganzen kammer raus kaputt ok wir müssen also das fief fangen ich hab ne idee wir müssen das glaub ich sogar in unseren zellen komplex hier da reinstecken ja ich hab ne absolute idee es kommt schon wieder mach die tisse mach die tisse oh 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 mach die tisse die tür auf er packt mich nicht den wohnwagen Mann was macht denn hier was ist das denn hey gabax komm rein gabax ich hab die die wir stellen die die bärenfallen auf 4 drück mal 4 drück mal 4 ja 4 4 4 ich mach jetzt jeden weg hier ne einfach vor die kamera einfach bei der kamera ach so dass der direkt dann sozusagen können wir die wieder aufsammeln jo hast du vor die kamera gelegen ein bisschen geräusch na da oben noch nicht vor die kaputte du nase wie du die ist doch an die ist doch grün müssen wir ne neue hinstellen ach du meinst den gabax ne ach ich bin so blöd ich bin grad da kannst du doch selber rein rennen ja ich bin da reingerannt und wir fast gesturmen scheiße ich hab kaum noch lebensenergie so dann stellen wir hier noch eine hin zack äh lass uns einfach kommen jetzt tue aber das nächste mal nicht einfach rausgehen und hier ja ey hat einer heilung von euch ne ne das problem was ich habe ist einfach dass äh ich nur noch einen schlag brauche und ich bin tot das ist schlecht so also quasi müsste einer ja gucken bei der kamera wo das Vieh ist also wir haben bei den nummer zwei noch ne kamera da müssten wir jetzt quasi hin mhm und da mal oh man ey das ist voll das Minenfeld hier das ist voll das Minenfeld hier das ist voll das Minenfeld hier wir haben jetzt auch bloß die Dinger bei einer Kamera angemacht ne Alter was liegt Alter liegt ja alles voll hier okay wie weißt du wenn du mal in den Wohnwagen reinkommst mal hinter dir das Tür zumachst ich bin im Wohnwagen du äh du Onkel du ne das ist doch nicht ich seh bloß von außen dass da jemand rumbleibt ne ich bin doch hier im Wohnwagen das was du da draußen war ich bin hier ich guck in die Kamera ach so weil du hast keine Knarre in Hanja dann warst der aber könnt ihr mir mal erklären wie man im Gamebett da oben schlafen soll das ist doch viel zu eng oh das ist ja voll geil Alter das ist für die ganz für die ganz abgenagten hier oder ja ich glaube auch ich werde jetzt mal ey ihr müsst mal die Fotos mit der Taschenlampe durchsuchen alter da kriegt er ja Kollapse ey mach einer bitte die Taschenlampe aus wenn ihr darauf zeigt was ist denn das was ja die Fotos mit dem Fernglas angucken sieht echt cool aus das sind teilweise auch echte Bilder ne ja ja ruselig so da ist die Map können wir gucken wo wir sind ne 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 Map ne das ist aber ne 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 Map ne das ist aber ne 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 Map ja ich hab ein anderes Problem Freunde ich hab nur noch ein Biss ein Biss überlebiger ich lass mich ködern ne geh mal weg Gabax ich guck mal auf die Kamera ja ich beobachte den Onkel wie er da draußen rum springt das kann er komm her wird das viel so gern ich seh euch beide jetzt draußen ok ich beobachte euch weil ich bin ja eh verletzt das Flackern von der Kamera ist ein bisschen scheppig aber sonst cool weil das ja ziemlich viel scheppert ja meine lieben Freunde ich beobachte gerade die beiden wie sie draußen sind und ich hab nur mal die Kamera das Kamera und man sieht auch direkt die Bären fallen da vorne und ähm und ähm mal Hallo sagen achso ja schieß mal lock mal an sehr schön ja Onkel hinter dir Onkel hinter dir Richtung Na Reaktion wie ein Pferde Hunting Area Ach man ich wollte nur mal gucken ob du reagierst ich merk aber ich merk dir das liebe Leute der Onkel kennt mich schon das ist schlimm Onkel wollen wir zusammen zur Hunting Area gehen da wo noch die eine Kamera ist und dann da was vorlegen Können wir mal machen Ja warte ich komm mit ich komm mit Nee du bleibst hier Nein Nein du bleibst da um zu gucken doch bleib da um zu gucken Seid ihr verrückt oder was ist? Genau du bleibst dort um zu gucken bitte Bist du sicher in da? Nein der hat mich vorhin auch angegriffen aus dem Fenster raus Bleib da Hab dir wenigstens die Wohnwagentür zugemacht Ja natürlich Ja alles zu Ich seh schon kommen ey Sag wenn wir bei deiner Kamera sind Welche willst du denn? Drei oder zwei oder so war das Ja im Moment bei null ist gar nichts Bei eins ist auch alles okay Und bei Camp 2 auch Ich weiß ja gar nicht wo ihr sein müsstet Wahrscheinlich bei eins Jetzt müsstest du uns sehen ja Wo seid ihr bei eins? Musst ihr gucken Nee Die ist auch rot Hä? Die war doch grad noch grün Hm Also ich hab Kamera 0, 1 und 2 habe ich zur Verfügung Ich hör was Ihr auch Seid ihr das? Nee Leute das ist ja gemeingefährlich gruselig bei Kamera 1 Ich hab die ganze Zeit Fußspur geworzt Oh warte pssch 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 Es kommt wieder. Arsch, komm. Leg die Kackfalle hin. Da kommt doch gar niemand. Lass dich da immer liegen. Komm, lass. Komm bitte. Das war Zufall. Fragt mich, wo ihr seid. Im Wald. Könnt ihr mal eine Kamera anmachen noch, zusätzlich? Wir haben doch gar keine mehr. Wir haben keine mehr. Doch, die liegen hier im Wohnwagen. Ich sehe sie doch. Nein, ich habe doch versucht, noch welche aufzunehmen. Da waren keine bei mir. Es kommt hier hoch. Wo seid ihr denn so ein Teufel? Mann, hilf mir doch. Du hast doch die Waffe. Du bist doch hier. Ich sehe euch. Ihr seid an dem Ding. Ja, wo ist die Kamera? Wieso hast du jetzt geschrien? Ja, weil ich war oben drauf und das ist oben raufgesprungen. Also, ich habe Kameras gefunden. Ich habe jetzt wieder zehn Stück. Hier, bei der Kamera möchte ich gerne... Habt ihr gehört? Ich habe Kameras. Ja, schön. Ich bin jetzt bei Kamera zwei und ich sehe euch beiden. Erstmal gucken. Hallo. Ne, guck gerade da rein. Es liegt Bärenfalle. Warum kann ich die nicht legen? Hä? Was ist denn jetzt? Du bist bestimmt... Oh, du bist bei der Bärenfalle gelaufen. Hm. Ich kann die nicht mehr legen. De, 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 de. Ah, ah. Bärenfalle. Reicht doch heute. So, jetzt habe ich einige gelegt. Das reicht doch, oder? Alter, ich bin auch gleich tot. Ich kann nicht... Ich kann mal... Ah. Ich glaube, ich laufe mal zurück zur Base. Ja. Bevor ich von, äh... vom Fleisch volle. Der Gabax rennt, ich sehe das. Und dann könnte er, äh... Komm ich mit. Ich kann wieder neue Kameras setzen. Müsste mal Heilungen bekommen. Ja, Gabax bringt aber nichts, wenn du voraussprindest und dann... Okay. Es bringt aber auch nichts, hinter dir zu sprinten. Ich weiß ja nicht, wo wir lang müssen. Ich bin nicht so weit weg. Das meine ich. Na, hier mal durch den Wald. Weil immer, wenn wir uns trennen, kommt das Vieh. Nichts Nöte. Ja, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Da ist auch noch eine grüne Kamera. Guck mal, da kann man auch noch fallen hinlegen. Ja. Ja, die nächste Kamera. Boah, das Flackern geht mir ganz schön auf die Banane, du. So, jetzt geh erstmal kurz raus. Willst du jetzt wiedersehen? Wo seid ihr? Bei der Kamera. Ich kann aber die Dinger nicht mehr legen. Einfach links klicken, ne? Ja, ja. Geht nicht, bei mir. Ah, ich sehe euch. So, ich habe keine mehr. Ja, ich habe noch welche. Ich kann dir aber, glaube ich, keine geben, ne? Ich weiß nicht, ob du mit irgendwie mit Nöte getrennt hast. Kannst du leider nicht legen. Das sind die beiden, meine Lieben, Freunde. Lang gedrückt halten, ne? Hm. Hast du das lang gedrückt halten, was die Bärenfalle? Nee, geht nicht. Pass auf, da liegen meine Bärenfalle. Ja, ich sehe es. Du hast doch die Kamera in der Hand. Du hast ja auch Beinackel aus der Hand. Was? Nein. Die Bärenfalle. Ja, vielleicht ist das verpackt, weil ich angegriffen wurde. So, komm, dann müssen wir aber in die Richtung nach Hause. Ah, hier geht's doch auch lang. Ah, ah. Dann gehe ich einfach mal da lang, wo der auch gelang geht. So. Was ist bei dir, Rewerno? Ja, ich sehe euch und... Na, jetzt aber nochmal, oder? Doch. Das Lampenlicht sehe ich. Und jetzt seid ihr gleich im Wald verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo das Alien ist, aber es verarscht uns. Keine Ahnung, wo ich hier im Wald laufe. Es verarscht uns. Ah, da hinten ist es. Ah, ich bin wieder am... Tür geht auf. Hallo. Ticht wechseln. Ja. Absolut. Also, ich mache jetzt erst mal da hinten die Kamera. Einer muss die wieder ticht machen. Hier, passt auf. Ich zeige euch mal eben, wo Kameras sind. Komm mal her. Und zwar hier in dem Rucks, in dem Karton hier sind unendlich Kameras. Da kannst du die ganze Zeit tausende Videos machen. Nee, sieht ja gerade Biedescheiße aus. Soll ich alleine mal gehen? Hey. Ja. Geh ruhig allein. Du hast ja Knarre. Mach die Tür zu. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Ob ich dann weg bin. Jetzt brauchst du dich hinzutesten. Ist blöd, dass wir nicht mal heilen können. Was ist das denn hier für ein Ding hier in der Mitte? Eine Batterie. Das sind ja auch was, ne? Hunting Areas ist hier, wenn er rechts lang geht. Was ist denn auf dem anderen Schild? Das Lustige ist auf dem Tisch hier, ist ja was, ne? Aber das kannst du nicht benutzen. Wo ist es? Alien. Alien. Schön, dass du die Tür auf hast. Mal vom Wagen. Ja, machst du zu. Du. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal Kameras setzen. Das ist klar. Ich bin ja gar nicht dran. Oh, Onkel schießt. Wo bist du, Onkel? Wo? Wo? Bei der Kamera, da könnt ihr jetzt über ihn nicht helfen. Ne. Habt ihr die Kamera hingesetzt? Ah, Kamera 3 ist aktiviert, ja. Kannst du auch Fallen dann noch daneben setzen? Ja, ich hab von vorne welche, von uns welche auch. Ah. Ah. Ja, die aufgehoben, den kannst du auch nicht mehr setzen. Hinter dir! Nein, Quatsch. Ah, hättest du jetzt durchziehen müssen. So, bei Kamera 2 ist auch gerade nichts. 3 ist nichts. Also, manche haben die, allein durch dieses Flackern, da weißt du immer nicht, ist da was hinten im Wald oder nicht. Hm, ich versuche gerade den, den Onkel gerade ein bisschen anzuglotzen, aber irgendwie will er nicht. Ja, es wird noch eine Kamera, Kamera 4. Kann es sein, dass es die mit den, wo man 5 Kameras braucht? Hm. Ich bin jetzt gerade ja... Wird spannend. Schafft es auch... Oh, da hinten ist Licht. Bewegt sich irgendwas? Kannst du aber nicht sehen, wegen dem Gezappel von der Kamera. Onkel? Onkel? Jetzt, wo wir die scheiß Bärenfall hingelegt haben, kommt das Vieh gar nicht mehr. Ja, ne? Jetzt hat er Angst. Drecks. Drecks. Alien. Sollen wir lieber herkommen und da reinrennen, freudestrahlen. Aber der Onkel hat es getroffen, ne? Ich höre es, ich sehe es. Kamera 3, Kamera. Kamera. Und weg ist er. Wie ist es weg? Ah, er hat es draufgeklatscht. Er war da. Er ist aktiviert worden. Onkel ist Kamera 2. Okay, wir müssen Onkel aufpassen, weil Alien rennt da rum. Und du hast den angekratzt. Er hat oben die rote Leiste oben. Das ist die Energie von dem Alien. Ich denke, dass der wahrscheinlich schon einmal irgendwo reingerannt ist in der Bärenfalle. Das heißt, wir müssen neue suchen. Aber ich würde mich gerne dann erstmal heilen irgendwie. Ja, das ist das nächste, was mich ein bisschen ärgert. Was zum? Was denn? Warte, gleichzeitig. Oh. Ich hätte jetzt gar nicht gehört, als wäre hier ein Baum umgefallen. Oh. Hm. Kann ich leider auch nicht sehen. Wusstest du, dass die Kamera, die ausgegangen ist, da oben ist, direkt vor unserer Basis? Nee, das ist die 2 ist das. Vor unserer Basis, oder? Ach nee, tatsächlich. Ja, ja. Ist recht. Fuck. Und hier fehlen Bärenfallen. Also das Alien war schon hier und wir haben das nicht gesehen. Wenn du hier guckst, hier fehlen Bärenfallen. Oh, ich bin bei einem Wasserfall. Gibt es hier nicht Medikamente irgendwo vielleicht? Ghost, ja tatsächlich, wir sind Geisterjäger, steht sogar auf dem Auto drauf. Guck hier. Ghost Hunter. Ghost, tatsächlich Ghost Hunter. Yeah. Na ja, für mich ist das kein Geist, das ist eher so ein hässlicher Alien. Oder ist das ein Alien getarnt als Geist? Nee, ein Geist getarnt als Geist. Ich bin ja bei einem Wasserfall. Ich hab auch, ja okay, ich hab auch schon Dich sucht, hier, aber hier ist nichts. Da gibt es eine Höhle rein. Alter, da solltest du aber mit uns reingehen. Das Problem ist, dass wir keine Waffen haben Und das andere Problem ist keine Heilung Keine Heilung Geister? Oh, die Geräusche, Alter Also ich gehe auch wieder rein in den Wohnwagen, ich habe Angst Alter, ich höre bis hierhin Ich höre bis hierher die Tür Wenn du die drüben zu hast, macht es bei mir Flipp Okay, ich glaube ich bin Kamera 3, nee Kamera 1 ist das hier Kamera 2, da sieht es gerade clear aus Scheint hier in seiner Hülle zu sein Er wohnt da Ja, Onkel, ich würde sagen, du holst uns ab Und wir gehen zusammen in die Höhle des Löwen Ja, bis jetzt konnte Onkel uns nicht wirklich helfen Ah, komm mal mit Gabax, guck mal Hört mal bitte auf, die Tür auf und zu zu machen, das ist ja wahnsinnig, hörst du bisher Gabax, komm mal mit Alter Gabax Guck mal, guck mal nach oben, Gabax Ja, ich weiß, du bist da oben Achso, warst du da schon? Da war ich auch schon, ja Aber das Alien kommt hier trotzdem hoch Naja, klar Das springt dann einmal einfach hoch Und wär, wär ja voll geil, wenn das mal kommen würde Nee, wär nicht geil Dann wär echt hoch Ja, aber zumindest, dass es in die Bärenballen reinrennt, freudig strahlend Ja Also ich laufe hier auch gerade irgendwie Ja, der Action-Faktor ist ziemlich hoch Ja, aber ich würde sagen, dass wir auch mal langsam wieder Schluss machen mit dem Part Ja, wenn du die Uhr hast Dann wird das wohl so sein Dann bin ich dran, ne? Wollen wir warten, bis der Onkel wieder da ist oder lassen wir den armen Kerl? Nein, das lassen wir schön als Cliffhanger für ihn Ah, okay Na gut, meine lieben Freunde Dann würde ich sagen Dann war es das schon wieder hier von Rake Wake Wake up Oder Rache oder was auch immer Nee, hört sich schon cool an Wahrscheinlich heißt das fiese, oder? Oh, ich war gerade im Wohnwagen Jetzt bin ich oben gepackt Cool Nee, auf jeden Fall ein echt geiles Game Mal gucken, ob wir das viel noch erwischen können Und natürlich ein bisschen Heilung finden für uns Naja, auf jeden Fall schaut mal bei euer Gamer Check LP vorbei Also beim Onkel am Kanal Bei Gabax Bei mir Revano LP Und ansonsten würde ich sagen Bis nächste Woche Sonntag, mein Lieben Ciao Yo, ciao Tschüss